Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pikas Battlesport. Heute mit der wahrscheinlich letzten Aufnahme, in der man die Spitzennamen meiner Pokémon sehen wird, da man ja mit dem neuen Update das wieder rausgepatcht hat, was ich leider ziemlich schade finde. Und zwar dreht sich hier gegen Omega an, der Name 1A, Kollege, wirklich sehr gut nachgedacht. Und mein Gegner bringt mit ein Flygon, deutscher Name Libeldra, ein Mashomai und natürlich wieder, wie kann es anders sein, ein Uber Grodon, schön auf Protonisierung. Okay, ich bin auch nicht wirklich besser. Ich habe mit dabei mein Hitosune, ist euch ja schon geläufig von meinen drei Umkämpfen. Wieder mit dabei ist Pleiade, mein physisch sowie speziell ausgelegtes Totok und mein physisch defensives Subdors aus der vierten Generation, das keinen Spitznamen trägt. Also bitte da nicht jetzt wundern. Und ich will sagen, ich habe genug geredet und wir fangen an. Wie gesagt, finde ich das jetzt ziemlich schade, dass man das wieder mit den Spitznamen rausgemacht hat, weil ich fand das richtig cool. Weil so ein Spitznamen von einem Pokéon zeigt auch, ähm, also es ist ein Sinnbild für den Trainer, was ich mit diesem Pokémon vereine. Und ich meine, ich glaube, ihr könnt mir da, ähm, zustimmen, dass, wenn ich einen Pokémon schon einen Spitznamen gebe, ich bin mir natürlich ja frei, wenn ich den sehe, dann weiß, das ist mein Pokémon, ich habe es gezüchtet, das trägt den Namen, ich bin glücklich damit. Ähm, wieso das jetzt aus dem Battlesport wieder rausgemacht wurde, das weiß ich nicht, weil, ähm, ob das jetzt so eine Sache ist, damit die Leute wissen, was auf einen zukommt. Ich meine mal ganz ehrlich, wenn ich gegen den Japaner kämpfe, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich kann kein Japanisch lesen. Es mögen zwar einige geben, die es können, ja, es ist schön und gut, aber ich kann es nicht. Ich weiß nicht, welches Pokémon dann kommt. Äh, ich sehe es erst, wenn es draußen ist. Also hätte man auch wenigstens, äh, sagen können, man lässt das mit den Spitznamen, da kommt das kategorische Protokoll. Ich hätte es natürlich predikten können. Habe es nicht gemacht. Leider habe ich es gemacht. Nein, ich habe es nicht gemacht. Ich, ich doofs Pikada gewesen, ich habe es nicht gemacht. Was man jetzt auch, ähm, sehen mit. Ja, man sieht, was das verraucht. Und, äh, er spielt sein Grodon mit Protzer. Mh, mach ich bei meinem Grodon nicht. Ist natürlich selbst ausgelegt, aber jetzt eigentlich zurück zu dem Thema, was ich angesprochen hatte. Ähm, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ob ihr, äh, es eher habt, wenn ihr die Spitznamen auch im Battle-Pod angezeigt bekommt. Oder ob es euch lieber ist, dass man halt die originalen normalen Namen von der Protokoll angezeigt bekommt. Oder ob wir ja vielleicht, äh, euch über eine Option freuen würde, wenn man sagen würde, möchtest du die Spitznamen anzeigen? Ja oder nein? Ich könnte mir ja einfach mal schreiben. Da gehe ich gerade gewohnt. Äh, mein Name ist Tortok. Also ich würde mich mal ziemlich, äh, darüber freuen, wie ihr so die Sache seht. Und hier kommt mein kleine Situation wieder. Ich bin natürlich schneller. Roto-Grodon ist scheiß langsam. Noch langsamer als normales Grodon. Ja. Die Sonne geht wieder weg. Das ist ein bisschen doof, dass sie nicht bleibt. Okay. Ja, es ist ein Hypersonne. Und hier kommt Fokusstoß. Der trifft. Kein Fokus-Miss für mich. Habe ich mich gefreut. Und dann kommt das Admin und ich denke so, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein, ich überlebe mit 3 KP. Zweiter Fokusstoß und wieder kein Miss. GG für mich in dieser Sache. Weil ich muss dazu sagen, normalerweise, wenn ich Fokusstoß spiele, geht das zu 99,9% daneben. Von daher war ich ziemlich glücklich. Ja, komm, jetzt Maschamai. Ich denke so, komm, der Patronenheb, der haut dich außen. Ein Maschamai ohne Patronenheb. Waaat? Warum? Geht doch nicht. Es ist doch. Es geht doch nicht. Ja, so hat mich halt der Doppelheb kaputt gemacht. So, jetzt bleibt der Endkampf nur noch physisch defensives Zapdos gegen Maschamai. Ich bin natürlich schneller. Und dobt den Kollegen dann mit meinem Donnerblitz aus. Ja, und irgendwie habe ich jetzt den Kampf über nicht wirklich mich auf den Kopf gezogen. Aber wirklich, das ist so ein Thema, was mich beschäftigt. Das ist jetzt auch wirklich der letzten Kampf, den ich zeigen werde. Wo ich jetzt Spitzenamt drin habe. Ich habe zwar noch andere Kämpfe. Die sind aber weitaus nicht so uber interessant. Vielleicht werde ich noch einen hochladen, wo ich da nur mit Spitzenamt drin habe, weil ich da so ein paar Punkten drin habe, die ich mir gerade frisch gezüchtet habe. Und das so ein ziemlicher Hin und Her war. Aber wie gesagt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr so da zu der Sache steht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Kampf um Battlestock wieder. Das war eure Pigogirl100. Ciao, Leute.